Hallo, es ist Martin von WannemannKäste, das ist die DAX-Hanalyse für den Dienstag, den 2.4.2024. Ich habe den ersten Handelstag für unseren DAX wieder nach Ostern, können wir sagen. Ich hoffe, wir hatten ein schönes Osterfest, ein paar ruhige Tage. Unser DAX wurde ja am Donnerstag quasi aus dem Handel rausgenommen, dann war Freitag zu, auch am Montag. Da die Amerikaner jetzt aber am Montag offen hatten, dürfte der eine oder andere vielleicht sogar ein bisschen Bewegung bei sich auf den Indizes gehabt haben, zumindest im DAX. Weil es gibt einfach CFD-Proker, die koppeln ihren DAX an die US-Indizes, um insbesondere im Nachthandel dadurch gängig einfach einen Referenzwert zu haben, an dem man sich orientieren kann und gleichen das dann letztendlich ein bisschen ab. Und demzufolge gab es Indizes, die am Montag gehandelt haben, oder Prokert, die am Montag den DAX gehandelt haben. Und wenn wir da mal kurz drauf schauen, wie das ausgesehen hat, ging es da hoch an die 600, was ja eines unserer nächsten Ziele war und von dort dann kräftig nach unten. Das ist von der Bewegung her genau das, was ich eigentlich auf Donnerstag sehen wollte. Und daher, wenn wir uns mal zurückerinnern, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber da hatten wir ja als Ausgangsschluss den Tag hier, hier den Schluss hatten wir, die schöne grüne Kerze. Und da habe ich gesagt, naja, Vorsicht, gerade Donnerstag, wenn der per Abwärtsgriff reinkommt, das ist er ja, dann kann er durchaus nach 200 Punkte auch nach unten treten. Und hier so bis 4.20, 3.60, sollte der locker runterkommen, hat man gesagt. Das hat er aber zum Donnerstag nicht gemacht, das hat er einfach bloß zur Seite rumgeeiert und hat jetzt, jetzt springe ich nochmal hier zu einem anderen Broker, zu einem CFD-Broker, den ich mir jetzt hier einfach wahllos rausgegriffen habe, weiß mir einfach darum, gegen euch zu zeigen, wie sieht es bei denen aus, die hier in der Nacht heute, beziehungsweise die zum Montag eben Kurse gestellt haben, war er schon oben an der 800. Und wenn wir uns zurückerinnern, nochmal wieder einen Schritt zurück, was wir gesagt hatten, wenn er denn diese Bewegung nach unten macht, mal abgesehen davon, dass es eine Station höher erfolgt ist, nicht von der 5.30 hier, sondern von der 600, und er eben nicht bis 4.20, sondern 3.60, sondern bloß bis 4.50 dadurch zurückgekommen ist, es ist trotzdem die Bewegung, die wir sehen wollten zum Donnerstag, wo wir gesagt haben, dass er dann von dort vom Tief bestimmt auch wieder nach oben zieht. Und ja, das war ja der Kerngedanke, wir ziehen runter und dann am Nachmittag drücken wir die ganze Bude wieder zurück. Und unter dem Gesichtspunkt könnte ich mir vorstellen, dass wenn man die in den Handel ein bisschen im Hinterkopf behält, es durchaus sein kann, dass wir das jetzt einfach wieder revidieren, im regulären Handel, ab Dienstag, und sozusagen die 600 dann einfach nochmal ansteuern, um das zu bestätigen, dieses außerbörsliche Hoch, so muss man es ja nennen. Ja, nur dass er das mal gesehen hat, weil ich gehe davon aus, dass viele von euch gar nicht auf die Idee kommen, zu suchen, hat der DAX irgendwo am Montag gehandelt, dass ich das einfach mal gesehen habe, wollte ich das zeigen. Man muss da jetzt nicht zu viel drauf geben, aber es ist trotzdem eine Orientierung, die insbesondere dadurch, weil ja die 600 auch ein weiteres wichtiges Ziel für uns ist, herangezogen werden kann. Ja, also das heißt, wenn unser DAX über 530 rausschiebt, gehe ich am Dienstag davon aus, dass wir guten gerne in die 600 nochmal reinschieben können. Und wenn er sich dort gut macht, hätte er jetzt auch keinen Grund, zwangsweise dort ein zweites Mal abverkauft zu werden, weil er ja dort bereits einmal angeklatscht war. Das heißt, wenn es ihm gelingt, sich über 530 in die 600 reinzustoßen, könnte er theoretisch dann auch gleich direkt in die nächste Station weiter vorgehen, in die 670 und 700. Ich weiß, das klingt für manche schon wieder total übertrieben und abgehoben, aber der Trend ist halt aktuell noch intakt. Und solange der noch intakt ist, müssen wir erstmal der Trendfolge Vorrang geben nennen. Die Trendfolge steht wahrscheinlich als der Trendbruch. Solange er uns nichts anderes beweist, sollte man insbesondere über 530 dem ersten Mal Vorrang geben. Was müsste er tun, damit man davon ein bisschen Abstand nehmen kann? Er müsste unter 500 handeln, idealerweise sogar unter 460. Sehen wir uns unseren DAX unter 460 handeln am Dienstag, würde das erstmal direkt gegen eine Trendfortsetzung sprechen und würde unten noch ein paar weitere Rücklaufziele offen lassen. Das heißt, sehen wir unseren DAX unter 500, unter 460, würde ich persönlich erstmal nicht long gehen, weil ich davon ausgehe, dass der dann noch bis 360 nach unten durchgereicht wird. 360 oder sogar noch einen Tag tiefer, weil die 300, 285 ist auch eine schöne Zone. Okay? Das heißt, wir können es uns relativ einfach machen, gucken morgen, wie der reinkommt. Und wenn er über 530 gehandelt wird, gehe ich davon aus, dass wir in die 600 reintreiben und bestimmt auch schon die 670. Denkt daran, das nächstgrößere Ziel ist ja erst die 67. Das ist das nächstgrößere Ziel auf Tagesheben. Und wenn er aber unter 500, unter 460 handelt, würde ich dem Rücklauf noch etwas Platz geben, weil er kommt ja von der 600 auch mit gut Druck an. Ja, also wenn er jetzt hier einen Puck macht, er dreht sich meinetwegen von 530 jetzt wieder runter, geht eben nicht drüber, macht dann neue Tiefs unter 564, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann noch so eine zweite Welle kriegen, wie wir sie hier außerbörsig hatten. Und deswegen ist es wichtig, da einfach mal drauf zu gucken, weil der Markt orientiert sich immer an den vorherigen Bewegungen. Und sowas kann er dann dazu hinzuziehen, kommt ja aus den US-Futures, ist jetzt nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, wie das vielleicht der eine oder andere denkt. Und demzufolge würde dann möglicherweise noch mal so eine zweite Abwärtswelle kommen können. Und wenn wir uns die jetzt mal hier mit ein bisschen Malerei hier in den Chart reinziehen, muss man kurz gucken, wo meine Rechtecke sind. Setzen das jetzt mal hier an, schnell, was das mal gesehen hat. Auch, dass es jetzt grün ist, soll uns jetzt mal ganz kurz egal sein. Ja, ich lege das Fuß von mir runter, ich sage mal, er geht von 530 da wieder warten. Dann kann der hier durchaus 360, das wird hier, setzen wir mal sogar Tiefe an, sagen wir mal, der kommt zum Beispiel vielleicht gar nicht höher rein, sondern tiefer rein. Wäre das fast Punktlandung dann hier unten im Bereich 360, auch wenn es jetzt hier 370 wäre, ja. Also im Dreh. Okay, und von daher, unter 500, Vorsicht, unter 460 vor allen Dingen. Und oberhalb von 530 würde ich einfach in die Trendfolge wieder rüber wechseln. Egal, wie hirnrissig das erscheint, egal wie dumm und übertrieben und heiß die Indikatoren sind, es ist dann halt einfach so. Wir können es ja nicht ändern, also gehen wir doch mit. Ja, als dass wir uns die ganze Zeit dagegen stehen und hier tagelang im Minus irgendwelchen Shorts zu gucken, davon verdient niemand was. Das macht man nicht. Man hält auch nichts da übers Minus hinaus, ja. Shorts kann man halten, wenn er anläuft. Wenn es in die Abfallsrichtung geht, dann kann ich einen Short auch über Nacht laufen lassen, wenn er mir in den Gewinn drückt. Wenn er die Position jeden Tag größer wird, dann kann ich doch laufen lassen, dann kann ich doch nach unten aussitzen. Tage, Wochen lang kann ich doch noch shorten, solange er mir nach unten durchdrückt. Aber nicht, wenn der Abfallstrend stark ist, dann hat man auf der Short-Seite nichts zu suchen. Das müssen viele lernen. Entweder hart, ja, immer wieder Geld rein, immer wieder Gewinne verlieren oder man macht es halt mal anders. Also, da kommt es bei uns zum Seminar, wir machen jetzt auch wieder eins im Februar, äh, im Februar sag ich schon, in Frankfurt, wollte ich sagen, im Juni, 22, 23, das kriegt ihr euch auch ausgeprügelt, ja. Das ist nur eine, das ist eine Einstellungssache. Du musst den Markt mit einem gewissen Auge sehen und du musst ein bisschen das Handwerk halt können halt, ne. Und das können viele nicht, die gucken nur rechts und links über meine Analysen, haschen irgendwelche Marken auf und denken, wenn sie da instinktiv mit ihrem Menschenverstand drin rumhandeln, dann kommen sie da gut zurecht. Das funktioniert ja nicht. Ja, dafür ist ja die Börse da, weil die Börse weiß, dass alle Leute so denken und alle Leute so handeln und dann verlieren halt alle. Und dadurch wird das Geld schön von unten nach oben getragen und das kann man aber abdrehen. Ja, also wer da Interesse hat, Mail an seminar-monkeys.com, ich kann das auch nochmal in die Kommentare unten reinschicken. Ich habe noch, äh, jetzt die, die sich bisher gemeldet haben, haben von mir noch keine Antwort bekommen. Das mache ich dann erstmal gebündelt, äh, warte bis hier erstmal jetzt ein guter Schwab zusammengekommen ist und, ähm, lasse das mal vielleicht die Woche noch liegen und dann mache ich das nächstes Wochenende. War jetzt auch Ostern relativ viel los, jetzt kommen am Dienstag noch Webinar dazu, da habe ich auch nicht so viel Zeit. Ähm, ja, also bis nächstes Wochenende sollten alle, die eine Antwort bekommen haben, die sich jetzt bis jetzt bei mir gemeldet haben und die sich vielleicht auch die nächsten Tage bei mir melden. Gut, okay, also, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg am Dienstag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.